Nachdenkseiten Die kritische Website Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages Rücknahme der Anerkennung von Staaten ist grundsätzlich möglich Von Florian Warwick Am 24. März 1999 begann der US-geführte NATO-Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, welcher von den meisten Völkerrechtern als völkerrechtswidrig bewertet wird Im weiteren Verlauf kam es 2008 zur Anerkennung des Kosovos als eigenständiger Staat durch die USA und einen Teil der EU-Mitgliedsländer, darunter Deutschland Doch selbst innerhalb der EU erkennen Spanien, Griechenland, Rumänien, Slowakei und Zypern den Kosovo bis heute nicht an Ebenso verneinen fast alle Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas diesen Schritt Vor diesem Hintergrund hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages jetzt eine generelle völkerrechtliche Einschätzung bezüglich der Möglichkeit einer Rücknahme der Anerkennung von Staaten vorgelegt Die Anerkennung von Staaten sowie die Rücknahme der Anerkennung ist eine völkerrechtlich kaum geregelte Materie und kann daher als Instrument zur Durchsetzung politischer Interessen dienen So lautet der einleitende Satz in dem Nachdenkseiten vorliegenden Dokument des Wissenschaftlichen Dienstes WD des Bundestags zum Thema Rücknahme der Anerkennung von Staaten Angefragt hatte diese völkerrechtliche Einschätzung der Bundestagsabgeordnete Peter Bürsten, AfD Anerkennung von Staaten Die Fachjuristen des Wissenschaftlichen Dienstes definieren zunächst den völkerrechtlichen Staatsbegriff und verweisen dabei auf die vom österreichischen Staatsrechter Georg Jelinek begründete Drei-Elemente-Lehre Dieser zufolge setzt der Begriff eines Staates die Existenz von Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt voraus Laut vorherrschender völkerrechtlicher Einschätzung habe, so der wissenschaftliche Dienst weiter die Anerkennung eines Staates lediglich deklaratorische Wirkung Weiter führt der wissenschaftliche Dienst dann aus, dass die Anerkennung häufig kongludent durch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen oder den Abschluss von Verträgen erfolge Dieser Darlegung folgend wäre zum Beispiel die Anerkennung des Kosovos durch das EU-Mitgliedsland Polen mindestens als widersprüchlich zu bezeichnen Denn Polen hat zwar formell den Kosovo anerkannt und erhält aber bewusst keine diplomatischen Beziehungen mit diesem Staat Laut wissenschaftlicher Dienst ist aber selbst die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen nicht automatisch gleichzusetzen mit einer Anerkennung Es sei, jeweils auf den Einzelfall abzustellen, da nicht jeder Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen und nicht jede Aufnahme diplomatischer Beziehungen eine implizierte Anerkennung darstellen Interessant sind auch die darauf folgenden Ausführungen des wissenschaftlichen Dienstes Bei der Anerkennung von Staaten wird in der Praxis Abgesehen von der ganzen völkerrechtlichen Problematik Dieser Staat im Moment der Anerkennung nicht über die von der Staatslehre definierten drei konstituierenden Merkmale Existenz von Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt verfügte Rücknahme der Anerkennung von Staaten Zunächst legt der für völkerrecht zuständige Fachbereich wissenschaftlicher Dienst II in seiner Ausarbeitung dar dass das Thema der Rücknahme der Anerkennung in den deutschen Standardwerken zum Völkerrecht überhaupt nicht thematisiert werde Anders siehe dies in der englischsprachigen Fachliteratur aus Dort werde die Rücknahme von Anerkennungen durchaus thematisiert und unter bestimmten Umständen für möglich gehalten Allerdings gäbe es auch von angloamerikanischen Völkerrechtern keine Aussage zur Konformität dieses Vorgangs Noch werden etwaige Voraussetzungen für die Rücknahme der Anerkennung aufgeführt In diesem Zusammenhang wird der bekannte britische Völkerrechtler Merkel Nathan Short zitiert der den politischen Charakter der Anerkennungsfrage betont Zitat Ende Konkret auf den Kosovo bezogen wird darauf verwiesen, dass insbesondere Staaten des globalen Südens ihre Anerkennung des Kosovo wieder zurückgenommen hätten Als konkrete Beispiele könnte man auf Surinam, Nigeria und die Zentralafrikanische Republik verweisen Laut dem serbischen Außenminister Iw. Zedacek hätten mittlerweile 18 Staaten ihre einzige Anerkennung des Kosovo zurückgezogen Als weiteres Beispiel für die Rücknahme der Anerkennung von Staaten wird auch der Umgang mit Taiwan angeführt So habe beispielsweise Panama 2017 die Anerkennung von Taiwan als Staat zurückgezogen Hier stellt sich lediglich die Frage, wieso der wissenschaftliche Dienst in einer aktuellen Ausarbeitung des Jahres 2023 nur auf Panama im Jahr 2017 verweist und nicht auf die ebenfalls in den letzten Jahren erfolgte Aberkennung durch die Dominikanische Republik El Salvador und Nicaragua sowie auf die entsprechende Ankündigung der neuen Regierung in Honduras Abschließend kommt der wissenschaftliche Dienst in seinem Kurzgutachten zu folgendem Schluss Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass aufgrund der hohen Politisierung und geringen völkerrechtlichen Regelung der Rücknahme der Anerkennung von Staaten die Rücknahme der Anerkennung politisch möglich ist Zitat Ende Das hieße auch, dass, den politischen Willen vorausgesetzt, die Bundesregierung durchaus ihre völkerrechtlich problematische Anerkennung des nicht von den Vereinten Nationen anerkannten Kosovos zurückziehen könnte So ein Schritt würde der Bundesregierung zumindest etwas mehr Glaubwürdigkeit in ihrem Agieren verschaffen beispielsweise was deren Aussagen bezüglich der völkerrechtlichen Zugehörigkeit der Krim angeht Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Und dann können Sie auch bei uns abgeben, gerne unseren Kanal abonnieren und dann können Sie auch bei uns abgeben Und dann können Sie auch bei uns abgeben, gerne unseren Kanal abonnieren und dann können Sie auch bei uns abgeben